Liebe Zuschauer, auch ich wurde erst kürzlich von einem Mitstreiter darauf aufmerksam gemacht. Das Konzept ist bahnbrechend und es ist deshalb ungeheuerlich, dass es praktisch verschieben wird. Das IFK in Berlin ist gut. International vernetzt, ein Kernreaktion-Konzept in Eigeninitiative von Ingenieuren. Dieses Deutschland ist nicht grün genug. Und das ist bekanntlich das größte Lebensrisiko. Sie haben sich nicht verwirrt. Deutsche werden nicht grün. Kann man das als Verrat an unseren Interessen bezeichnen? Deutschland ist gut. International vernetzt, keine Sicherheitseigenschaften werden. Extrem, Plutonium oder abgebrannte Nachteile werden in Reaktor kommen. Nichts bedeutet zwangsläufig nichts. Wenn Kraftwerkstechnik totgeschwiegen, sabotiert und genutzt wurde, ist Deutschland sehr praktisch. Wenn nicht, ist dies vermutlich kein Zufall. Wir sind halt daran interessiert. Und deswegen führen wir das in Eigeninitiative fort. Wenn Sie das aufzusehen, das ist mindestens ebenso wichtig. Teilen Sie das Video. Versuchen Sie meine Seite. Ich verspreche Ihnen, mit Grund jeder Euro von Ihnen ist gut angehe. Ich verspreche Ihnen, mit Grund jeder Euro von Ihnen ist gut angehe. Ich verspreche Ihnen, mit Grund jeder Euro von Ihnen ist gut angehe.